Ich versuche weiterhin etwas Ordnung in meinen Kabelwirbel hier zu kriegen und als nächsten Schritt diese Sachen hier unten an das Trägergerüst irgendwie dran kriegen. Und mein erster Gedanke dazu ist jetzt mal tackern. Ich habe hier einen Tacker, der absolut leergeschossen ist. Welcher andere Gedanke könnte mir denn da noch kommen? Ich habe einen Schrauben, aber wie soll ich es jetzt verschrauben? Ne, ich muss mir einen Tacker besorgen. 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 So, hier habe ich jetzt alles, was ich brauche und zwar Reparaturband. um die Kabel zu schützen. Ich muss mir einen Tacker besorgen. Ich muss mir einen Tacker besorgen. Und einen Tacker, um die Biester festzukriegen. dollar oder? Okay. Das wiederhole ich hier noch einmal. Und jetzt setze ich es hier noch einmal dran. Und zur letzten Sicherheit hier noch einmal. Und jetzt setze ich es hier noch an. Jetzt habe ich damit eine relativ saubere Verkabelung erreicht. Aber was ist mit der anderen Seite? Hier hängt ein Kabel nur so herunter. Diese Strippen sollte ich vielleicht auch festzwingen. Okay. 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 Jetzt mache ich mir das viel 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 zu lange Kabel hier. Jetzt mache ich noch ein paar kleine Knäuel draus. Okay. 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 Und jetzt kann ich genau wie gerade das Kabel unten an das Trägergerüst tackern. Okay. 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 So, und damit habe ich einige am besten Ordnungen reingebracht. Und wäre uns froh, wenn jetzt noch alles funktionieren würde. Perfekt. Und damit wäre dann der nächste Schritt dran. Aber der kommt dann beim nächsten Mal zum Tragen.